Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch ein richtig tolles Sachbuch vorstellen und zwar Dein Körper aus dem Usbon Verlag. Das Buch hat 14 dickere Seiten, zeige ich euch mal. Also sind schon eher dicke Seiten, kostet 10,95 Euro und wird für 3- bis 6-Jährige empfohlen. Dieses tolle Buch handelt, wie man den Körper entnehmen kann, über den menschlichen Körper und beinhaltet neben zahlreichen Informationen auch über 100 Klappen zum Aufmachen. Hier sieht man zunächst die Übersicht und dann kann es auch schon losgehen. Also sogar in der Übersicht kann man auch mal was aufklappen und zwar mehrmals. Das finde ich richtig interessant. Dann kann man hier sogar noch die Organe sehen. Also ist richtig, richtig toll gemacht, wie gesagt. Sehr spannend und durch dieses mehrschichtige Aufklappen auch mal was anderes, muss ich sagen. Hier zum Beispiel unser Verdauungssystem. Das ist richtig toll gemacht und durch die Klappen macht das Buch auch wahnsinnig viel Spaß, wie beispielsweise hier der Darm, Darm, Entschuldigung, und die Veranschaulichung der Länge des Darms. Sekunde, hier. Da steht nämlich, ich drehe das mal für euch, wenn dein Darm nicht aufgerollt wäre, wäre er so lang wie ein kleiner Buckel war, äh Blauwal. Ja, heute irgendwie mit zahlreichen Versprechern, ich weiß auch nicht warum. Genau, also es ist zum Veranschaulichen, gerade mit der Größe wirklich sehr interessant, finde ich gut. Da können sich die Kinder einfach natürlich viel besser etwas daraus vorstellen. Gut, zumindest mehr als wenn es jetzt einfach nur Zahlen wären, finde ich. Neben den aufklappbaren Elementen gibt es auch, äh, hier so, so kleine Schiebeelemente. Hier zum Beispiel bei diesem Ober- und Unterschenkel, ähm, genau. Also da gibt es viele tolle Sachen, die man entdecken kann. Ähm, die sorgen ebenfalls für Abwechslung und Spaß. Und die Kinder, äh, haben somit, äh, bei dem Thema einfach mehr Begeisterung, wie, ja, hier beim Skelett halt einfach, ja. Und, ähm, sonst hat man ja immer diese typischen, ähm, ja, Sachbücher, sage ich mal, wo man nicht wirklich viel vielleicht davon dann tatsächlich im Kopf behält. Aber wenn du halt, ähm, ja, was zum Aufklappen hast, so witzige Bilder, wie jetzt hier, deswegen ist dein Hüftgelenk sehr beweglich, um eben tanzen zu können und so weiter. Oder durch die Schiebeelemente macht es den Kindern natürlich mehr Spaß. Wir waren von diesem Buch sofort angetan, haben eifrig die Klappen aufgedeckt und spielerisch, ähm, viel Wissen über den menschlichen Körper erlangt, finde ich. Ich finde solche Bücher grundsätzlich dafür richtig klasse, denn man kann mit Freude etwas lernen, statt es trockenen Texten zu lesen und danach meist wieder zu vergessen. Also absolut empfehlenswert in meinen Augen. Ich finde solche Bücher immer wieder klasse. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch sehr gerne meine weiteren Videos an. Den Link zum Buch findet ihr wie immer in der Infobox. Macht's gut!